So und jetzt mal alle lächeln Du mein erster Zeit Das sieht doch ganz nett aus Jeder Menge Buggys vorne dran Bitte wieder ein bisschen mehr Richtung Cutter fahren Da hauen gerade 2 aus dem Bild ab Bis dann! Also alle zur Karte hier Ja ich habe ein Bild gemacht Ich hoffe es ist was geworden Ja da kommt noch ein Nachzügler Ja da kommen noch einige Ich mache aber auch gerade Videos da Ich nehme auch gerade alles auf Ich mache halt gerade ein paar Bilder von der Dingssicht aus Das kann ich auch, wer hat das zu dreht? Schau das kann ich auch Ja du musst halt ein ganzes Stück weg dafür Du der geile Lumbar ist jetzt noch bei uns Mach gerade mal ein bisschen Videoaufnahmen Nächste Ich gucke mal ob sie funktioniert haben Ich gucke später Ihr fahrt euch eure Bargys ja kaputt Nein ist alles in Normalstellung Nein Ich musste ausloggen Ich wollte wieder einloggen Ich bin eingeloggt Ich sehe die Planetenoberfläche Aber ich kann keine Funktion mehr ausführen Also im Menü selber ja Aber das ist der dritte Versuch Also ich habe nicht gleich Ich habe nicht Alarm gemacht Vertikal schub nach oben und teste ob deine Schuhen Die sind alle an Das ist wirklich alles Wie es vorher war Dann trotzdem vertikal schub nach oben Es ist ein Pracken Das sieht aus als ob sie eingeboren ist Aber aus der Töchigkeit ist es gelandet Nein ich bin mehr so im Orbit Also ich bin nicht nahe der Oberfläche Ja du musst trotzdem schub geben Ja passiert doch aber nichts Länger drauf halten Und zwar vertikalschub Einfach schub nach oben Ja wie wenn ich starte Ja genau Keine Mille Oh ja ja gut Ist der ASB Das ist nicht so teuer Das geht noch aber Neeee Moment Ich muss doch nur mal das normale Elite starten Ohne Horizons Dann komme ich doch sowieso Überm Orbit raus Ja oder Okay ich komme gleich noch mal rein Und bitte und dann um eine Einladung Ich sag Bescheid Klaro John What's up Oh sorry My ship is Rashing Oh no Don't come take that Carosh Carosh It works We said it Warte dieses riesen Echo hier drin Das will ich dir nicht Ich schwör das will ich dir nicht Bin ich gleich? Warte ich denn das jetzt geschafft Ich stehe schief Okay, ist jetzt der Gairo, mein Schiff bewegt sich, ich bitte um eine Besondere Einladung Name? Etteroball Etteroball Kommt, es ist raus Okay Aber du hast trotzdem ein riesen Echo drin Ich hab mal ein neues Mikro geklärt, ich muss ein bisschen was bringen, oder? Aber Echo ist scheiße Dafür ist es laut Wir hatten das Echo Also vorhin der Etteroball Hat das ausgeschaltet Das ist kein Echo, aber das ist Thüringisch Achso Schön, dass du nicht sechstisch gesagt hast, fand ich jetzt gut Ich versuch mich jetzt erstmal beim Generator einzuschleimen So, wem gehört diese Cephora? Das ist Cephora Ach so Hier, auf der du gerade rumfährst? Ja Funktioniert Juhu Noch eine Unterlage Scheiße Gehen dir die Unterlagen aus? Nö, es kommen ja neue dazu, finde ich auch gut Juhu Juhu, ich komme angeflogen mit dem Buggy Hey Glückwunsch Ich fliege über dieses Schiff Und BAM Ich fliege über dieses Schiff Ah Kommt sofort Was macht ihr da auf meiner Cobra? Nux Das ist ein Kuschel Und Lux ist 100 Meter von da weg Und ich bin nur ein blaues Kreuz Killer, kannst du mich auch noch machen? Ja, mach mich Wer hat denn jetzt wieder das Echo hier? Ich bin sicher, das schwörst Danke Danke Ja geschehen Boah, da sind bei mir so viele online Ich hab da drin Das ist ja echt geil Sieht gut aus, ne? Nein Ich kann dich nicht mehr anladen Ich mein, irgendwie ist da alles voll Alles sieht ja geil aus Ich mach mal ein Video Jetzt kommt noch einer Geil Ich hab drei Anlöse Drei Anlöse hab ich gebraucht Der Michi hat nicht viel Löse Gut das für uns das größte Schiff auszuteilen Boah Was war das? Sieht aber hübsch aus Jetzt Wäre geil, wenn es 2.5 wäre Also Wie besiehst du Halt das überhaupt die Schilde von der Cobra aus? Ja, ich bin da Ich hoffe doch Ja, über die Buggy Schilde mach ich mir mehr Sorgen Aber das geht anschein Ja, ich hab nur zwei Pips drauf Aber das scheint zu halten Ich hab vier Tipps drauf, also Au! Jetzt kommt der nächste Au! Nicht auf mir parken Ich glaube jetzt mach ich doch vier Pips auf die Schilde Moment, da muss ich doch mal ein Bild machen Das sieht ja absurd aus So, so cool Sehr cool Ich bin ins heiß geliebte Orbital Cruise Und kann nicht Und hänge fester Ihr müsst von weiter Anlauf nehmen Weil sonst ne... Oh oh Ich fall runter, ich fall runter Au, 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 au Von wegen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, da ist noch Platz Ja, da ist noch Platz Wir stehen ja bloß auf der einen Hälfte Oder da ist noch ein Egel Was ist denn mit dem, der da... Einer runtergefallen Einer hängt direkt da Ich kann mich nicht mehr bewegen Mit den Düsen vielleicht Die gehen nicht Die gehen in der Nähe vom Schiff gehen nicht Dann müssen wir dich wegschubsen nachher Das sind auf jeden Fall sehr witzig Hey, ich bin auch noch drauf Jemand der unten ist, kann mich mal anschubsen Bitte Warte mal Ähm, das Schubsen scheint nicht so ganz zu funktionieren Dem fehlen schon zwei Räder Warte, ich reparier mal kurz Die sind nur im Schiff Ach ne, die sind von einem anderen Ja, der ist nicht runterliegt Und explodiert Danke Da übrigens noch mal einer, der auf dem Poppes sitzt Ich hoffe, das nimmt einer auch von euch So schön, wie das blitzt Also Leute, ich krieg hier überhaupt nichts Ich hab hier den Explorer und Tour Ich hab hier den... Moment Wie der Reifen noch da runterrollt Das sieht zacken werden gleich aus Funktioniert hier alles nichts mehr Wo ist es denn? Mich hilft euch nicht Aber einer, der bumpert da ganz gut rum Bum 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 Kann denn den Grabbit noch mal jemand der Geschwade einladung schicken? Klar Wer braucht Grabbit Ah, hier ist der Reaper X-Base Moment Wie bist du denn in der Liste? Wie bist du denn in der Liste? Seh dich nicht in der Liste Ich bin nicht in deiner Freundesliste Reinhard Wieso eigentlich nicht? Das ist aber ja wirklich Also jetzt bin ich aber Jetzt bin ich aber entsetzt Ich hab jetzt geschwadet Ich hab jetzt geschwadet Danke Jetzt bist du auch aufgetaucht in der Freundesliste Die beiden Buggys, die da vor meiner Cobra stehen Könnt ihr mich schubsen? Geht das? Ich häng da so kurz Ey Ich bin mal gespannt ob ich da wieder runterkomme Jetzt schubsen Jetzt hat doch tatsächlich schon eine Anna kommt Da hat mal eine Kamera geschubst Ich glaub jetzt landet Jetzt landet die Anna auf der Cobra Nee, das brauchen wir nicht, oder? Ups, nicht zu weg hier Ja Das schaut witzig aus Warte, ich muss mein Kopf hier wieder drehen So Ja, so ist dich Warte, ich beleuchte euch mal Ja Ja, weiter mehr Donner Boah, hier strahlt sich Ops Einer rutscht Ah nee, noch nicht Was ist das? Was sieht das aus? Da waren es nur noch vier Ja, macht nix Na, fünf sind da, sechs Wenn wir explodieren nicht, dann machen wir auch nix Ich mein, auf der Cobra sind es nur noch vier Ja, da ist noch Platz für mehr Vier, vier seh ich noch Da ist aber jede Menge Platz Entschuldigung für Schubsen Ja Und der reine Reifen rollt immer noch durch die Gegend Hier unten liegt auch Alles gerade drunter Ja, dankeschön Das ist bei einer der unter der Cobra liegt Ich hab sie voll verfehlen, ich bin drunter geraten Ich hab sie voll verfehlen, ich bin drunter geraten Rabbit hat einen Connection Error Oh, wie lange, ja Das geht ja los hier, ich auch Ich hab auch einen Verbindungsfehler Oh, oder Connection Error ist wohl das Gleiche Jupp, das ist das Gleiche Ja Cool, das eine passiert noch in England Welche Cobra versucht da zu landen? Oh, wer kommt denn da mit der Anna rein? Äh, mein ich auch Anna Das bin ich Der versucht grad die Dinger abzuputzen, ne? Die große Fliegenplatsche Das ist Wie das Bär ausgesehen Ich will noch mal eine Winger einladen Und wer braucht eine Winger einladen? Das gibt Die Baggies sind die kleine Ameis, ich schwör Unterwegs Na komm raus Boah Wow Lups und Abwehr, bei wem sieht's denn besser aus? Ich hab dir grad eine geschenkt Jaja, alle beide, ich weiß noch nicht welche ich annehmen Also ich hab ne sehr schnelle Verbindung Bei mir sollte es kein Problem sein Nomi Okay, aber auch meine Kamera durch die Gegend zu schubsen Reinhard, du Angeber Ab und so kann ich das auch mal Hahaha Meine Aspen dreht sich und dreht sich und dreht sich Irgendwie hab ich das Gefühl Das wird heut nix mehr Wer will mir da abhauen? Warte, wer ist das vor mir? Was habt ihr denn hier fabriziert? Ich kann keine Baggies ausbüllen Das ist spät Wer hat denn seine Anna bitteschön In der einen DBX geparkt? In der DBX In der DBX Direkt rein da Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? 7,8 Wo bin ich denn? Hm, mit dem Reifen kann man Fußball spielen Bitte nochmal eine Wing Einladung für Rabbit Haha Ich hab leider keinen Platz mehr, muss jemand anderes machen Mach ich, Moment, kommt Danke Hast du? Ach jetzt hab ich wieder eine von Aila bekommen Ja gut, der ist ja auch bei euch Ja ja Das ist der Hase wieder bei uns Ja, der Bane kommt auch Da sehe ich wenigstens auch schon raus Ah, da ist der Karaj Ich würde nur gerne wissen, ob das hier ist Ist er endlich da? Ja, ich hab ihn rausgegangen Ja, ich hab ihn rausgegangen Hey, das tut so gut Hey, das tut so gut Karras, ich hab dich inside Praise the Braven Hey Hey Da ist der Bane Da sehe ich einen Killer Face Der war ja schon mit der Zeit Oh Ah, you have the same white on your Anaconda Das nicht Ich bin gerade neben der Katta gewonnen I don't have any buggy I don't have buggy anymore Low gravity warning Drive assist off Is das eigentlich jetzt Keyrush oder Kherrush? Kherrush, Kherrush Kherrush, Kherrush 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 adle Skyrush Kherrush Kherrush Wreck-Litte Leg Weiler Und Kleid Die kleinen T Aviation Hallo Vier Jaz hills Vier Vier Also alle Bingen An Haben vic Haben Still 德 I Moment Ich Mümm Kommen Malног Wern Kurz Kannst du warten. Hey, da ist ja ein Bin. Ja. Warum ist das hier so hell? Ja, weil dir das seine Schenwäffe eingeschaltet hat. So, I made it. Ja, ich sag mal. Der Server ist total überlastet. Bei mir verschwinden die Schiffe, kommen wieder, verschwinden wieder. Ja, ja, das hat ich eben auch gerade. Und dann kackt Ete ab. Nein! Also ich bin gerade mit dem Wacki in der Anstrengung. Und mein Schiff ist nicht mehr da. Hier ist alles am Zitter. Ich bin gerade mit dem Wacki in der Anstrengung. Sorry! Nee, das ist also nicht nur bei der Anstrengung. Oh mein Gott. Hey! Thank you! Hey, hey, hey. Ist das auch in der Anstrengung? Ich mach mal Platz hier oben. Hey Leute! Wir wünschen euch viel Spass und eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Nacht! Tschüss, gute Nacht! Bis bald! Karras! See ya! Machs gut! Ciao, Marco! Komm mal kurz! So, danke schön! Och, ist das so ruhig! Gut! Haben wir jetzt! Alle da! Alle da! Oh, helf! Ja toll! Ja toll! Jetzt wollte ich helfen zum Umschubsen. Jetzt bin ich selber auf dem Dach. Oh!